. 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 Das ist natürlich irgendwie sehr emotional hier zu sein. Und mein Herz klopft ein bisschen, weil ich ja noch später eine Rede halte und das auf Italienisch. Und es ist ein bisschen aufregend alles. Zehn Autoren, die Kurzgeschichten zu dem Thema Corona geschrieben haben, bekommen als Preis ihr gedrucktes Buch. In der Bibliothek von Cittadella präsentierte vor drei Jahren Andrea sein Buch, der Tolpatsch auf dem Fahrrad. . Mir ist es wichtig, dass Andrea durch den Literaturpreis in Erinnerung bleibt. Heute Abend leide ich sehr, weil mir die Momente einfallen, in denen er hier selbst ein Buch vorgestellt hat. Wenn ich das Video sehe, in dem er Gitarre spielt, ist es für mich schwierig, nicht traurig zu werden und sich nicht an diesen besonderen Moment zu erinnern. . 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 Andrea hat für seine Freunde Rezepte aufgeschrieben. Heute kochen wir das Menü für Chiara. Was ist ferro? Ich weiß nicht, vielleicht so ein Topf? Ich weiß nicht, es ist ferro. Aber ich denke, es ist das gleiche. Maria, was ist das für ein Rezept? Das ist Entenragout. Das ist eine Spezialität hier in Veneto, in der Region. Andrea hat es in seiner Sammlung und ausgesucht für seine Freundin Chiara, die auch eine Seite für das Buch geschrieben hat. Als Dankeschön hat er eben gesagt, dass er dieses Rezept für sie kochen wird. Da er das nicht mehr hingekriegt hat, müssen wir das jetzt machen. Mit den Mengenangaben hat er es auf seine ganz eigene Art gemacht. Viele Zwiebeln sollen wir reintun. Es ist sehr nett, dass er die Rezepte so hinterlassen hat, ohne Angabe von irgendwelchen, weiß ich nicht, keine Literangabe, keine Mengenangaben, nichts. Wir beide kochen zusammen. Wer hätte das jemals gedacht? Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass der Kontakt zu Andreas' Freunden so intensiv bleibt. Sie sind jetzt auch meine Freunde. So sind eigentlich alle unsere Abende verlaufen. Wenn die Freunde kommen, jeder bringt irgendwas mit und man stößt an und man ist einfach zusammen, macht Dinge zusammen, kocht zusammen. So war das eigentlich immer, wenn wir hier waren. So habe ich seinen Freundeskreis kennengelernt und deswegen finde ich das total schön, dass das heute hier so stattfindet. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Andreas' Tod hat bei jedem von uns eine Wunde hinterlassen. Ob es die Freunde sind, die Eltern oder Maria, mit der ihr die letzten Jahre verbracht hat. Jeder geht auf seine Weise mit der Wunde. Und du denkst immer daran. Und dann musst du einen Umgang damit finden, der deinen Alltag nicht beeinflusst. Sonst kannst du dein normales Leben nicht mehr führen. Es ist richtig gut, besser als ich erwartet habe. Und ich bin richtig stolz auf uns. Wir haben ein leckeres Gericht gekocht und Andrea wäre glücklich. Ich finde es eigentlich schön, dass er uns immer wieder alle so zusammenbringt. Weil letztendlich ist er der Grund, weswegen wir heute hier sind. Und für mich ist es eigentlich was Schönes zu wissen, dass er irgendwie doch immer noch so ein bisschen seine Finger mit im Spiel hat und uns so trotzdem alle irgendwie miteinander verbindet. Das neue Jahr hat für uns leider nicht so gut begonnen. Wir waren gesund aus Italien wiedergekommen. Aber dann hat uns Corona voll erwischt. Angefangen hat es mit Nonno, Giulias Opa. Ich habe morgens einen Anruf bekommen, Julie war bei den Großeltern in Hamm, dass eben der Nonno positiv getestet wurde und dass sie eben Kontaktperson ist. Und dann bin ich sofort los, habe sie abgeholt. Ich habe die beide mitgenommen zu mir nach Hause. Und da haben wir uns dann in Quarantäne begeben. Und am nächsten Tag war Nonno positiv und am Tag drauf war Julia eben positiv. Julia war richtig krank und lag flach. Und ich hatte mich schon gewundert, dass ich noch immer negativ war. Und eine Woche später war dann aber eben mein Test auch positiv. Ich hatte erst mal keine Sorgen, dachte, okay, das wird irgendwie mich nicht hart treffen, wird ein milder Verlauf werden. Und lag dann eine Woche später richtig, richtig flach. Und merkte eben, meine Kräfte schwinden. Und ich kann mich nicht mehr aufrecht halten. Und ich wusste tatsächlich nicht mehr, wie ich mein Kind und mich noch adäquat versorgen soll. Ich habe als erstes versucht, dass Nonna, die ja auch positiv war, aber eben mit ihrem Mann zusammen in Quarantäne war, dass die zu uns kommen konnte, um mir zu helfen, weil sie keine Symptome hatte. Und mir es aber einfach richtig schlecht ging. Und das wurde mir aber verwehrt, also von den Gesundheitsämtern. Und mir konnte einfach keiner weiterhelfen. Und das war wirklich, wo ich wirklich Angst bekommen habe. Ich habe dann Julie beigebracht, was sie machen muss, wenn ich nicht mehr wach werde, weil ich einfach Sorge hatte. Ich war so niedergeschlagen und fertig, dass ich Sorge hatte, dass ich einfach wegschlafe und irgendwie erst drei, vier, fünf Stunden später aufwache. In der Zwischenzeit ist dann möglich, eine Sondergenehmigung für uns zu kriegen, dass Nonna kommen durfte und uns helfen durfte. Kurz darauf hat sich mein Zustand ziemlich verschlechtert. Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, das ist nicht mehr normal. Und ich hatte wahnsinnig starken Schwindel und Kopfschmerzen. Und am Abend dachte ich eigentlich, ich lege mich nur hin und kuriere das irgendwie aus. Und merke dann aber, ich kriege irgendwie nicht mehr so viel mit, was um mich herum passiert. Und habe dann gemerkt, dass ich keine Luft mehr bekomme. Und das war ein Gefühl, als würde jemand auf meinem Brustkorb sitzen. Und in dem Moment habe ich gewusst, okay, jetzt ist es Zeit, irgendwie den Rettungswagen zu rufen. Als sie kam, hatte ich schon einen Blutdruck von über 200. Also es war nicht schön. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und das war einfach für uns alle eine ziemlich traumatische Erfahrung. Als meine Mutter und meine Schwester Corona hatten, da bin ich dann, also bin ich sofort, habe ich gesagt, ich ziehe jetzt aus. Ich habe zwei Wochen an Klamotten eingepackt und habe alles genommen für Schule, alles. Das war Ende der Ferien und dann bin ich raus, zu meiner Tante gezogen. Also ich habe wirklich alles alleine gemacht, von Essen, Wäsche, alles. Meine Tante war ja tagsüber arbeiten. Ich war sehr stolz, ich habe sehr viel Essen gekocht. Na ja, so vegane Nuggets gebraten oder ich habe auch mal Kartoffelpüree hinbekommen. Der war zwar nicht so gut, aber ich habe so eine Anleitung gelesen, da stand nicht drin, ich müsste die Kartoffeln schneiden, bevor ich sie ins Wasser tue. Dann waren die von außen superweich und von innen total hart, aber ich habe es gegessen und ich bin noch hier. Also kann es nicht so schlecht gewesen sein. Ich war zu der Zeit Impfen, weil ich habe alles dafür gemacht, auf gar keinen Fall in Quarantäne zu müssen. Und ja, mein Opa hat mich dann zur Pusterimpfung mitgenommen und es war einfach eine Zeit, die hat mich auch ein bisschen an damals erinnert, wo es dann, wo mein Leben zwar noch weitergehen musste, aber wieder eine Krisensituation war. Und das ist ja so, ich bin ja die letzte Instanz so. Und das ist natürlich was, was Kinder mitnimmt und die beiden auch mitgenommen hat. Und das, was passiert, wenn ich da nicht wiederkomme und gerade finde, er auch einfach mitverfolgen konnte, was in den Medien, was das bedeutet auch. Wenn man wegen Corona ins Krankenhaus kam und er wusste auch, dass ich eben an dem Abend so Luftnot hatte. Und natürlich wird er sich seinen Teil dazu gedacht haben. Es ist schon nicht schön, wenn man morgens aufstehen muss, zur Schule gehen muss und eben hinter Gedanken hat, meine Mutter liegt da gerade im Krankenhaus. Dann kommt man auch in so einen Punkt, wo man sich ein bisschen darauf vorbereiten muss, was passiert, wenn es dann nicht mehr ist, weil eben das musste ich schon mal. Und das ist so ein Reflex, den ich dann habe. Sobald es jemandem schlecht geht, denke ich mir, okay, ja, aber was ist, wenn es wirklich so weit kommt, was mache ich dann? Ich denke einfach, die Zeit mit Andrea, das hat gemacht, dass so Sachen länger dauern zu verarbeiten. Drei Wochen später sind wieder alle gesund. Du hast mir ja vor einer Weile von deinem neuen Freund erzählt. Trefft ihr euch noch? Ja, wir sind immer noch zusammen. Warum sehen wir nicht? Ja, das war eine sehr bewusste Entscheidung, das nicht zu tun, einfach weil ich mir erst mal die Zeit geben möchte, rauszufinden, wohin die Reise geht. Und für ihn auch. Also das ist ja auch was, wo ja auch ein Partner mit erst mal einverstanden sein muss und sich auch irgendwie gut fühlen muss mit. Und er kennt meine Kinder, meine Kinder kennen ihn, wir kennen unsere Familien gegenseitig, aber beide meiner Kinder haben quasi eine Bezugsperson verloren. Und da gehe ich schon sehr bedachtsam und behutsam mit um, jemanden hier wirklich in unser Leben zu lassen. Da muss schon vorher sehr viel Stabilität da sein. Das Gute ist, ich habe ja jetzt auch die Zeit, um es ruhig angehen zu lassen. Manchmal rede ich mit Finn über Beziehungen und das ist schon irgendwie lustig. Finn geht gerade auch seinen Weg. Er trainiert gerade wieder für eine Zirkus-Aufführung. Also Zirkus ist ein Ort, wo ich hinkommen kann und einfach die Sorgen, die ich zu Hause habe und auch hatte, immer vergessen konnte. Und hier kann ich mich einfach auf die Zeit mit Leuten, die mir sehr wichtig sind und die mir sehr ans Herz gewachsen sind, einfach diese Zeit schätzen kann und verbringen kann. Und hier kann ich dann auch mit Merle zum Beispiel meine Lieblingssachen wie Einrad oder Preuß oder Trapez üben. Also Fuß so, so drehen, rechte Hand lösen, rechtes Bein lösen, strecken zu mir ganz lange. Genau. Ja, super. Versuch mal so weit wie möglich nach oben hin. Und langsam wieder zurück. Mein Outing hat mir in vielen Teilen meines Lebens einfach die Augen geöffnet. Also es hat halt bewirkt, dass ich jetzt viel mehr weiß, wer ich bin, viel mehr weiß, in welche Richtung ich leben will. Weil ich selber erlebt habe, gesehen habe, wie viel Diskriminierung auch bei uns in Deutschland noch ist. Und solche Sachen haben mich stark verändert. Ja, ich glaube, er ist auch ein bisschen selbstbewusster geworden. Also gerade auch durch das Outen, als habe ich so das Gefühl, dass er sich viel mehr so auch traut, auch zum Beispiel auch offen zu sagen, jo, ich bin schwul und irgendwie nicht so immer sich darunter zu verstecken. Und ich finde, dass er da in dem Sinne auch deutlich selbstbewusster geworden ist und sich dann halt auch mehr traut. Ja, also mit meinem Englischprojekt gab es eine erstaunliche Entwicklung. Das haben wir in der Schule gezeigt. Da war zufällig eine von der Universität Wittenherdecke da. Und dann hat die mir ihre Kontaktdaten geschrieben. Ich habe mit ihr kommuniziert. Und dann haben mich Professoren angeschrieben, um, so wie ich das verschadamten habe, die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter zu erforschen. Das heißt, du bist jetzt an die Uni? Also, soweit ich weiß, ist März der erste Termin angesetzt, wo ich dann da hingehen werde. Aber natürlich studiere ich da noch nicht, aber sehr interessant. Ein langersehntes Projekt geht zu Ende. Ich habe es tatsächlich geschafft, mein Buch zu schreiben. Ein Probeexemplar ist fertig. Meine Geschichte über mein Leben, die Liebe und den Krebs. Das ist wirklich echt ein überwältigendes Gefühl und erinnert mich auch so ein bisschen an die Zeit mit Andrea, als Andreas Buch quasi aus Italien kam. Also, ich merke schon, dass mein Herz klopft und es ist irgendwie schon ein Wahnsinnsgefühl, das jetzt so in wirklich einer Form auch zu sehen und nicht nur auf dem Computer. Vier Jahre lang habt ihr mich jetzt mit der Kamera begleitet. Heute weiß ich, dass ich glücklich bin. Ich bin tatsächlich mitten im Leben heute. Das ist für mich natürlich irgendwie ein gutes Zeichen. Es hätte auch anders ausgehen können nach Andreas Tod. Und das, was ich eben ja auch immer gesagt habe, ist, es ist nicht die Zeit, die alle Wunden heilt, sondern die Menge an Liebe, die wir in der Zeit erfahren. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dann kann man auch ganz gut weiter durchs Leben gehen. Du hast jetzt quasi das Schlimmste, das ist passiert mit Corona, was du quasi nach Andreas Tod immer befürchtet hast, du bist ausgefallen. Ist das jetzt so ein bisschen eine Sicherheit? Okay, aber das Netz hat getragen? Das Netz hat auf jeden Fall getragen. Das ist so und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich glaube, dass wir alle diese Kraft in uns haben und immer alles zur Verfügung haben, was wir brauchen, um gewisse Situationen zu meistern. Das heißt nicht, dass die immer so ausgehen, wie wir uns das wünschen. Ich habe mir nie gewünscht, dass mein Mann stirbt. Aber auch trotzdem hat mir das Leben alles zur Verfügung gestellt, um damit irgendwie umzugehen und weiterleben zu können. Das heißt nicht, dass mein Mann stirbt.